Servus, Grüzi und hallo, hier ist wieder Shoki Banoki Daily mit deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin der Sachin, das ist der Christian. Richtig, hallo. Und heute am 25. November haben wir wieder ein berühmtes Geburtstagskind und das ist Angelo Giuseppe Roncalli. Ach, der vom Zirkus. Nein. Man nannte ihn auch Johannes den 23. Und der war Papst der römisch-katholischen Kirche zwischen 1958 und 1963. Genau, und dann 1963 hat er angefangen mit dem Zirkus los. Ja, und dann hat er gesagt, was ist für ein Zirkus hier? Los geht's. Also, kann man ja auch einen Zirkus aufmachen, habe ich gedacht. Also, wie er den Papst hat, kann ich auch einen Zirkus aufmachen, wenn ich das hier sehe. Dann, ja, dann Happy Birthday. Ja, gut, er ist jetzt schon in der Ecke tot. Ist 1881 geboren und ist 1963 gestorben. 2005 haben wir auch, oder wir haben einen Todestag auch noch zu vermelden. 2005 ist George, Georgie Best, der nordirische Fußballer, in London gestorben. George Best, bekannt durch seinen Spruch, die Hälfte meines Geldes habe ich für Frauen und schnelle Autos ausgegeben, die andere Hälfte habe ich einfach verprasst. Ja. Genialer Schnicker, gut am Ball, aber leider zu früh von uns gegangen. Gut an den Bällen, sagen wir mal. Ja, genau. Ja, ja, George Best ist auf jeden Fall ein Kult-Symbol sozusagen oder ein Kult-Mensch, ein, wie sagt man, ein Kult-Figur. Hat einen Kult-Status. Kult-Status bei den Fußballern. Kult-Status bei den Fußballern, genau. Genau. Das war der 25. November. Morgen am 26. November geht es natürlich weiter mit ganz viel ohne zu wissen zu dem entsprechenden Tag. Bis dahin könnt ihr unseren Kanal abonnieren und könnt ein bisschen was in die Kommentare reinschreiben. Schreibt rein, Mensch, hier, Christian, tolles T-Shirt. Oder, Saschi, hier, voll die coolen Muskeln, genau, voll die coolen Muskeln hier, wo ihr könnt reinschreiben, ey, Christian, hast ja wieder toll gelacht, hier so gekichert, kannst du ganz toll, ne? Sascha, du hast die Haare schön. Ja, du hast die Haare schön. Bist du ja auch so mit der Melodie reinschreiben. Du hast die Haare schön, du hast, du hast. Könnt ihr alles machen. Könnt ihr alles machen oder? Nicht. Ja. Aber wenn er es macht, ist gut. Ja. Bis dahin sage ich, cheerio, bis Sophie. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ruben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.